Was denke ich über die Pflegekammer? Wenn ich über die Pflegekammer nachdenke, dann ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, da bin ich ganz ehrlich, Geld. Mitgliedsbeiträge oder, wenn man es böse sagen will, Zwangsbeiträge. Wir haben schon einen schweren Job und ich kann schon verstehen, dass nicht jeder gewillt ist, von den hart verdienten Kröten noch ein Oberlose abzugeben. Das ist schon völlig nachvollziehbar. Es ist jetzt 4.40 Uhr. Das ist schon ganz schön früh. Wir Pflegekräfte kennen das. Es gibt genug Kollegen und das weiß ich aus vielen Erzählungen, das weiß ich aus vielen Seminern und aus Schulungen und etc. etc. dass es wirklich ein Job ist, wo wenig Geld verdient wird. Natürlich könnte ich das ganz negativ sehen, so wie viele halt das Glas auch halb leer sehen. Ich sehe es eher halb voll. Es geht nicht darum, dass akademisierte Pflegekräfte, die nichts mehr mit der Pflege am Bett zu tun haben, ihre Freunde sichern wollen und diese ganzen Sesselfurzer unser Geld aus der Tasche ziehen wollen. Nein. Ich denke, da sind auch eine ganze Ecke Sachen dahinter, die sehr wohl sehr sinnvoll sind. Reicht es, wenn engagierte Pflegekräfte in Talkshows gehen, wenn engagierte Pflegekräfte oder Auszubildende für unseren Beruf einstehen? Natürlich ist das toll. Klar, keine Frage. Aber hier steht der Arbeitgeberpräsident, der Pflegeanbieter. Das heißt also von unseren Chefs, die natürlich auch eine gute Qualität haben wollen, die auch fähige Mitarbeiter haben wollen. Das will ich nicht absprechen. Aber dass eine einzelne Pflegekraft, die soll da nun gegen bestehen, wäre es nicht irgendwie sinnvoller, wenn wir jemanden hätten, der für uns alle sprechen kann? Die Pflegekammern haben viel zu tun. Ein Riesenberg an Arbeit liegt vor denen. Wir brauchen eine Berufsordnung. Ich würde mir wünschen, dass wir Pflegekräfte ein klares Arbeitsfeld haben, was nicht in ärztlicher Delegation besteht, was nicht nur Hilfstätigkeiten betrifft, sondern wir haben unsere Profession. Schaut euch die Wundfortbildung an. Mittlerweile sind wir die Leute, die eine Wunde diagnostizieren können, die da die richtigen Verbände auswählen. Wir haben da ganz viel Ahnung und wir haben ganz viel Potenzial. Und wir sind keine medizinischen Hilfskräfte. Wir haben unseren eigenen Arbeitsbereich. Es ist an der Zeit, dass wir über unseren Beruf selbst entscheiden, dass wir unsere Zukunft in die eigenen Ende nehmen. Und dafür brauchen wir alle Pflegekräfte. Darauf erstmal Kaffee.